John Thomas Salley ist ein ehemaliger US-amerikanischer Basketballspieler und Schauspieler. Spieler Karriere Seine Karriere begann John Salley am Georgia Institute of Technology, wo er für die Yellow Jackets spielte. Mit insgesamt 243 geblockten Würfen hält er den Rekord an der Georgia Tech. Nachdem Salley 1986 bei den NBA Drafts an elfter Stelle von den Detroit Pistons ausgewählt wurde, wechselte er in die nordamerikanische Profiliga. In den folgenden 14 Jahren spielte Salley unter anderem für die Detroit Pistons, Chicago Bulls sowie die Los Angeles Lakers. In diesem Zeitraum konnte er viermal die NBA-Meisterschaft gewinnen, kam auf 748 Einsätze und erzielte dabei 5228 Punkte. Salley ist der erste NBA-Spieler, der mit drei verschiedenen Vereinen die Meisterschaft errang. 1996 stand Salley für einen kleinen Zeitraum beim griechischen Rekordmeister Panathinaikos Athen unter Vertrag. Film Karriere Neben seiner Spielerkarriere war Salley auch als Schauspieler aktiv. Die bekanntesten Filme waren dabei Bad Boys, Harte Jungs, Bad Boys 2 sowie Eddie, Erfolge, NBA-Meisterschaft, 1989-1990-1996-2000. film Barriere Tippen Freunde Frage Bitte Sie